Echt, die haben echt keine Hobbys. Die sollten sich echt mal Arbeit suchen. Ah, da war echt schlecht. Okay, was fehlt euch denn jetzt? Anscheinend wird der Stein. Den wird der liebe Onkel euch mal Stein besorgen. Ach nee, doch nicht. Er war doch einfach nur zu faul. Jetzt sind wir leider von unseren Stein besorgen. Weil ich hab das Gefühl, dass... Stein doch noch in der Vergangenheit da ist. Ja okay, nicht in ganz frühen Moment, aber... Das ist auch noch was. Ah, die Menschen werden wieder so faul. Das ist das Problem. Was tun wir los? Oh, tja, Werkzeuge. Nein, das ist auch wieder so eine Mangelware hier. So... So, das gibt mir jetzt 3 neue Drops. Ah, passt auch. Ähm... Der eine bekommt den... ...Schmied. so hier, der eine den Sammler, das ist hier, und der andere will gucken, den Förster, muss das hier scheiß Förster, da. Können wir jetzt hier mal fertig werden, oder pennt ihr lieber? Keto, Vorbeiter, jetzt ist es eine Bauer, und er ist ein Vorbeiter, und er wird die alte Förster, oder? Mit sieben Jahren ein neues Haus zu haben, naja... Alle werden schon sieben Jahre erwachsen sein, und arbeiten. Tja, das liegt daran, dass ich sie nicht in die Schule geschickt habe. Sonst sind sie auch nicht so schlau. Das ist mir halt scheißegal. Hauptsache sie machen irgendwas. Sammler ist auch da. Wieso ist das nicht die kleine Sammler? Ich hab's sogar anders. Sie wird Fürster oder Sammler? Anscheinend nutzen sie wirklich diese scheiß Milch nicht. Okay. Wuh, wuh, haltet doch eine Schnauzle! Kapelle. Kirche. Wieder eine Seuche, war ja so klar. Sowas würde ich ja eher hinsetzen. Eine kleine, putzige Holzkapelle. Leuchte für diesen Haufen von ungebildeten Menschen, die an alles glauben, was man denen vorlabert. Was wollte ich hier jetzt machen, Alter, genau. Was, was, was... Hm. Ja, ihr durft doch dadurch, im... imfleisch... im schnellen Verlauf... äh... Abkratzen. Das ist mir scheißegal. Achja, ich würde jetzt nicht auf den Meer setzen. Das ist mir scheißegal... Wir könnten unsere verstorbenen Menschen nicht äh... geerdigen. Bla, bla bla... So, da habt ihr euch jetzt eure Fläche, wo ihr nachher rumdünnen wollen könnt, weil ihr euch einen Platz aussuchen dürft. Wo hat denn jetzt wieder seinen Testarbeitsplatz? Ja, hat er, gut. Wo ist das Holz? Äh, ja, Holz ist ja schon Werkzeuge. Die schlappe ich jetzt damit. Wieso ist hier Milch? Na, egal. Die schlappe ich jetzt damit, damit hier jeder Scheiß Warn oder jeder Scheiß Pilze und Zwiebeln und andere Ziegenpiss, damit sie hier auch was zu fressen hat. Doch, mich nutzen sie doch. Ja, siehste, das habe ich gesagt. Aua ist ein, äh, bloßel gestorben. Tja, dumm gelaufen. Bauer, ja, wo ist denn der Bauer hin? Ich dachte, das ist ein, äh... Achso, da bleibt man, da ist noch einer krank. Tja, für diesen Bauer ist wahrscheinlich der Bedürft noch nicht richtig fertig geworden, deswegen haben sie ihn einfach ins Meer, äh, in Fuß geschmissen. Oh, ist tot. Gut, ab damit weg. Und das war's. Kurz getrauert. Nase ausgeschnuppt. Zillen weggewischt. Ende. Weiter geht's. Name, Name, Name vergessen. Wer war das nochmal? Äh, keine Ahnung. Und tschüss. Ja, klingt, äh, herzlos, aber... Ich glaube, diese Menschen hier hatten mehr zu tun im Leben, als über verstorbene Menschen zu denken. Äh, äh, jetzt ist meine Großvater tot, äh, wird tragisch. Blüht auch nichts, wenn man sich dann das... ...das Leben... ...das ganze Leben... ...ausholt. Tod ist tot und drückt auch nicht mehr wieder. Fertig. So, bum bum bum. Wie sieht's hier aus mit feinem Intervallern? Da sind zwei. Gut. Ah, die sind tatsächlich schon wieder mal total im Keller hier. Gut. das ist immer so dass die Schussforschläge knapp werden ne Kräuter, 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 wo sind die da? Kräuter Förster und dann jetzt auch nochmal Verstärkung fertig Wölze, Fritzschmer Kräuter, oh kräuter ist für 30 Tschüss. Unterbarer Baum. Anscheinend so ein Phantombaum, so ein unsichtbarer Baum, den keiner aus Erinnerung Sinn hat. Jetzt war die Scheiße auf Null, jetzt ist sie wieder auf eineinhalb Herz. Nicht in Ernst. So, gut, dass ich jetzt wieder nachgeguckt habe. Genau diesen Scheiß hier braucht sie das Schlachthof zum Schlachten von Vieh. Anscheinend werden die Fächer jetzt zu viel werden. Weiß ich gar nicht, ob sie jetzt... Leder... Anscheinend töten sie die Fächer selber oder auch nicht. Ah ne, sie bringen sich einfach da hin. Warte mal. Ach, egal. Sie schlachten das Vieh zwar nicht, aber sie nehmen das Leder von der Kurzfahr weg. Packen es da hin und das Leben der Vieh landet hat stehen noch da drin. Wartet darauf, dass der Schlachter es einander nimmt. Wie jetzt, genug Nahrung hier. A schlägt mich und genug Nahrung hier. Jetzt... Muss immer mehr rein. Hopp, los. Immer mehr. Ja. 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 Ja.